Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crustodio, wo wir letztes Mal unsere Schmelze da hinten umgebaut haben, so dass die Vorverarbeitungsstufe auf Hochtouren laufen kann, dass alle Chemiefabriken auch mit Erz versorgt werden. Hier alle Bänder auch gleichmäßig benutzt werden und unsere Schmelze haben wir auf elektrisch umgerüstet mit Produktivität und Geschwindigkeitsmodulen drin. Und derzeit sehen wir, alle Bänder sind voll, alle Lager sind voll, bis hier oben, wo wir zu wenig Glas herstellen, weil da einfach zu wenig Sand durchkommt. Und wahrscheinlich, wenn wir Materialien verbrauchen würden, würden wir sehen, dass die Produktion einiges höher ist als bisher. Darum schlage ich vor, Reihen wird auch gleich mal ein paar Dinge in die Forschung ein, so dass wir hier weitermachen können. Und etwas anderes, um was ich mich noch kümmern möchte, ist hier eine bessere Rüstung. Da liegt etwas drin, ähnlich die hier. Dafür brauche ich aber ein paar Dinge, welche zum Teil hier auf dem Band liegen. 25, das sind ein paar. Und wir sind da immer noch dabei, unsere Kiste zu füllen. Hier bei den Effizienzmodulen, da sieht es besser aus. Von denen haben wir nicht wirklich so viel gebraucht. Und von dem Band, da muss ich einfach abwarten, bis ich die habe. Und dann kann ich mir auch da von den, äh, ein besseren Robo-Port, äh, besseres Nachtsichtgerät, ähm, leisten. Und, äh, ich denke, für das Erste wird das dann mal genügen. Denn irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, werden wir tragbare Fusionsreaktoren haben. Und der nächste Schritt, jetzt wo wir Raketen forschen, äh, wird sein, dass wir, äh, äh, die, äh, Raketensteuerelemente brauchen, dass wir, ähm, Raketentreibstoff brauchen und dass wir Leichtbauteile brauchen, äh, sprich einiges an Kupfer. Ähm, ähm, darum denke ich, werden wir hier mal das, äh, Kupferband auf, äh, rot umstellen. Und, äh, möglicherweise müssen wir dann auch, äh, andere Bänder, äh, umstellen. Denn, was ich gesehen habe, äh, bei den grünen, äh, Chipsen, äh, da hapert es derzeit an, äh, an Kupfer. Ja, derzeit gerade nicht, weil wir am Volllaufen sind, aber, wenn hier unten alles läuft, dann bekommen wir kein volles, oder kein Kupferband bis ganz nach oben durch. Und, äh, das ist etwas, was wir ändern möchten. Dafür brauchen wir aber mehr Kupfer und schnelleres Kupfer. So, und das bekommen wir nur hin, wenn wir den Kupf, das Kupferband updaten. Das könnte etwas dauern, es wird auch etwas dauern, bis ich eine neue Rüstung habe. Äh, äh, sobald das geschehen ist, äh, können wir weiterschauen, was wir denn sonst noch so anstellen können. Die bessere Rüstung ist angezogen und auch schon einiges, äh, an besseren, ähm, Batterien und Robo-Ports platziert. Aber, für einen, äh, Fusionsreaktor brauchen wir Fusionsbrennstoff. Fusionsbrennstoff bekommen wir hier mittels Tritium und schwerem Wasser. Und das lohnt sich eigentlich hauptsächlich, wenn wir unsere Energieproduktion auf Fusionsenergie umstellen. Wenn wir aber schauen, unser Kernreaktor, der produziert mehr als genügend Power für das, was wir verbrauchen. Das heißt, da sehe ich noch keinen, äh, notwendigen Umstieg. Drum denke ich, werde ich hier, ähm, vielleicht die Rüstung nicht zu sehr mit, äh, Exoskeletten, äh, vollpacken. Denn die fressen, äh, die fressen Energie, äh, aber ich kann sicherlich, äh, bessere Solarzellen reinpacken. Und dafür habe ich hier, äh, ein paar, äh, Maschinen eingestellt, so dass wir dann irgendwann, äh, die guten, tragbaren Solarpaneele bekommen. Äh, hier oben haben wir auch Exoskelettproduktion. Ich glaube, da fehlt es uns noch, äh, Leichtbauteile, offenbar irgendwo, äh, in einer Kiste rumgelegen. Aber die haben wir, äh, bisher nur für die Forschung da unten und das haben wir direkt angeschlossen. Aber wenn wir Richtung, äh, Raketen gehen wollen, werden wir nicht umhinkommen, Leichtbauteile zu produzieren. Und genau das gleiche auch für, äh, Raketenbrennstoff und Raketensteuereinheiten. Ich hoffe zumindest, ähm, dass eine Rakete auch in Crustorio, äh, dieselben, äh, Bauteile braucht, um eine Rakete starten zu können. Ähm, vielleicht das, was wir machen können, wir können uns, ne, einen Raketenstartplatz bauen. Das wäre doch was. Ein Raketensilo. Ähm. Das wird ein Zeitchen dauern und in der Zwischenzeit können wir uns anschauen, was brauchen wir denn, ähm, für einen vernünftigen Output an, sind sie denn? Hier. Die. Ähm. Ähm, wenn ich hiervon einen pro Sekunde will. Einen, muss ich vielleicht bestätigen. Dann brauchen wir schon 27 Maschinen davon, ähm, wenn wir auf die umstellen, mit Produktivität, ähm, plus Einen Beacon. Wo kommen wir dann hin? Dann brauchen wir immer noch 13. Das ist nicht so schlimm. Ähm. Gut, was brauchen wir denn noch? Die Raketensteu-Einheiten. Die brauchen wir... ... 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 Das heißt, auch eins. Davon brauchen wir dann 20 Maschinen. Ähm, und die müssen wir auch herstellen. Ähm. Da können wir keine, da können wir nur Tempomodule reinpacken. Okay, dann brauchen wir nur zwei hiervon. Wenn wir das mit denen machen, mit Produktivität, mit einem Beacon, dann brauchen wir fünf hiervon. Und dann, ähm, wenn wir Raketentreibstoff auf die Art produzieren, ähm, und auch hier einen Beacon. Dann brauchen wir zwölf. Ähm. Wir können Sauerstoff aus Luft machen. Wir können Wasserstoff aus Luft machen. Und wir können Stickstoff aus Luft machen. Gut. Dann hier. Da wir die, äh, Grundmaterialien alle in, äh, in rohen Mengen einfach aus der Luft saugen können, äh, ist Produktivität da, denke ich, nicht wirklich erfolgreich. Aber wir werden immer noch 15 Maschinen für den Stickstoff brauchen. Das gibt eine ordentliche, ordentliche Fabrik hier. Aber ich denke, fangen wir doch gleich mal mit dem einfachsten an, ähm, die 13 Maschinen, die wir brauchen für, ähm, für die Leichtbauteile. Ich plan das mal mit den blauen und, äh, lasse dann die, meine Robys, die updaten. Und wir platzieren das hier hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Gut. Dann stellen wir hier gleich mal ein, was wir brauchen. Und, wie bekommen wir da die Materialien aufs Band? Und, wir brauchen sehr viel mehr Kupfer, als, äh, das andere Zeugs. Und, wir müssen, Einen Beacon platzieren können. Ich denke, hier machen wir Kupfer ran. Und, dann können wir auf der anderen Seite ein geteiltes Band für Kunststoff und Stahl machen und den Ausgang. Gut. Dann, dann, ah, ähm, vielleicht mache ich hier erstmal das Update, weil, äh, da kommen die besseren Maschinen, können mehr, ähm, können mehr, ähm, Produktivitätsmodule, fassen, vier statt nur zwei. Gut. Hier der Eingang für den Rest. Und dann Ausgang. Und da dürfte dann wahrscheinlich jeder Zweite kurz knicken. Kurz, kurz, kurz. Der ist wieder kurz, der ist kurz, der ist kurz. Und, der auch. Gut. Dann, brauchen wir nur noch Strom. Das geht sich gerade aus. Einmal verbinden. Und hier müssen wir unseren Bus verlängern. Das lasse ich auch die Roboter machen. Für die Leichtbauteile ist nun alles angeschlossen. Und es läuft. Es läuft doch gängig. Sprich, wir bekommen genügend Materialien bis hier oben durch. Und, wir haben auch schon einiges hier auf dem Band. Aber, äh, die Zeit ist doch schon etwas fortgeschritten. Drum denke ich, die anderen, ähm, Raketen, äh, Silo-Bauteile, die verschieben wir auf nächste Folge. Also, vergesst nicht, wieder einzuschalten für die nächste Folge Crustorio. Bis dann und tschüss.